Herzlich Willkommen zu 2021 Karte mit Hüringen. Guten Tag für alles fürs Zuschauen, fürs Zuschauen, zu liken, zu kommentieren und bei uns heute. Herzlich Willkommen auf dem Kanal. Wir sollen alles gehen von Spaß und Spiel. Nicht nur LS, aber was anderes. Irgendwann kann man es halt noch ausmachen. Keine Ahnung wann, aber das kann man schneller gehen, wie man denkt. Wir schließen jetzt noch den Kurs an nach links. Damit wir in beide Richtungen fahren können. So, Aufnahme enden, Verbindung erstellen. Natürlich nach vorne. Verbinden. Und fertig. Der Kurs ist angeschlossen. Jetzt muss ich mal vorne schauen bei unserem Parkplatz, was wir da gebastelt haben. Entschuldigung. Nach Möglichkeit. Soll es hier auch funktionieren. Ist glaube ich noch nicht verbunden. Muss ich mal gleich schauen. Kommen wir durch? Das heißt, ich will ja von hier im Prinzip immer erstmal fahren, parken und dann nach Möglichkeit. Nach Möglichkeit. Aber hier ist nämlich keine Verwendung. Das ist schlecht. In dem Augenblick würde ja... Im Grunde wäre... Im Grunde wäre... Das ist im Grunde gar nicht gut. Weil dann würde ja jeder Fahrzeug, der da irgendwie einen Kurs findet, da langfahren wollen. Ja, mal schauen. Ist ja klappt. Ja, mal schauen. Ne. Dass so klug ist von mir jetzt. Ne. Das kann natürlich auch ganz blöd sein. In Anführungszeichen. Weil... Da gibt es einen Modus parken. So, fertig. Ja, 56 fertig. So, entlassen. Dann fährst du... Richtung Hof. Richtung Hof. Richtung Hof weg. Ah, die löscht. Das haben wir schon. Standard. Gut. Ein paar Platzzahnen. Problem Nummer 1. Keinen Weg gefunden. Na, das sind gar keine guten Zeichen. Gut. Da haben wir hin. Hofsilo. Was ist hier los? Was habe ich hier gemacht? Dann habe ich da glatt durch den Hof gelöscht. Na ja. Das ist nix für mich. Immer mal den anderen abschließen hier. Ah, 46 ist klar. Der ist noch bei. 45 auch. 63. Entlassen. Löschen. Der ist immer auch Richtung fahren. Feld 1. Und da kann er mich hinfahren. So, jetzt kriegt er. Steige. Jetzt kriegt er. Gut. Dann können wir gleich abschließen. So, die nächsten beiden sind noch bei. Die anderen beiden gehen nicht. Und hier wollen wir schauen. Der Fahrer hat sich festgefahren. Ich weiß auch warum. Weil er einfach wieder nicht eingeklappt hat. Der leere Teil nicht. Sieht leider aus. So. 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 C. Er ist hier C, muss ich mal gucken. So. Wieso? Finde gar nicht hoch. Jetzt sehen wir den Funkchen Parkplatz. den kreuz muss ich löschen den habe ich jetzt gerade durch so dann machen wir jetzt hier das war hoch das war hoch so mit der rechten Maustaste immer weg stellen ausmachen zu denen fahren hier der ist nicht genau da was stehen soll ja alt 0 den rechten Maustaste der ist hier das stimmt ach so mhhh das ist doof Standard das ist das ist das ist das ist Das ist jetzt komisch, ich habe keinen Weg gefunden. Ach, da muss man den Kurs berechnen. Lassen wir die Fahrzeuge noch fahren, bearbeiten, dann muss ich noch entsprechend durchrechnen lassen, dann geht das ja kein Wunder. Gut, aber ich muss mal die Aufgaben erleben, das ist ja E-Cosplay, das soll kein Problem sein und der andere ist immer gefahren, der ist schon da. Da. Gut, den parken wir mal daneben. Das machen wir erst, ne, diesen tatsächlich, ich weiß, der andere funktioniert. So. Seht. Und jetzt können wir das entsprechend brechen lassen, ob das noch blöder geht oder rüber geht, mal sehen. Ja. Vororal könnte verkehrt sein oder verkehrt getan. Und jetzt habe ich ein bisschen zu viel gerechnet, also jetzt haben wir ein bisschen zeitrefer. Entschuldigung dafür. Ja. 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 Wir haben eine Zeitlupe, weil die ganze Berechnung das Hochste fließt, sozusagen. wir spielen nicht viel. Aber das ist immer so leider. so. So. Schauen wir mal auf unsere Felder sein. Und Reifezustand. in Wachstum, das heißt, Mais ist noch nicht so weit gepflanzt, noch nicht viel gepflanzt. Mal dazu sagen, heute Nacht hoffe ich auf Keimung. Hoffe ich. EKI hat ihr alle gepflanzt. Außer viel, das wusst ihr nicht. Ja. Man merkt es auch an FPS Zahl, ich habe nur knappe 2 FPS. Heftig. Ich hätte es nach der Aufnahme machen sollen. Vielleicht kann ich ihn abbrechen. Jetzt ansteigen. Jetzt habe ich glaube ich ein Gasflasepult. Ja. Dann 67%. Mal sehen wir uns heute nicht. Doch da jetzt. Wege neu berechnen. Ähm. Alt. Links. Alt. Links. Alt. Alt. Rechts. Rechts. Streck. Alt. Links. So. Jetzt können wir hier mal gucken hier. Ja. 100%. Das ist ein bisschen viel. Okay. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Dafür können wir weiter was tun. So. Ich werde nochmal die Aufnahme. Jetzt haben wir schüßt. Ingewinkel. Vertraue. Das wird mal eine kurze Folge. Okay. Das ist aber. Bis dahin her. Schon irgendwo dafür. Bähes gew skeleton. тр them festival. Absolut. 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 Bis zum nächsten Mal.